Elektro-Borne-Wasser. Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienz-Fachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Prost-Comedy, die zweite. Am 2. März findet im Remscherder Breu zum zweiten Mal Prost-Comedy statt. Ein großer, großer Erfolg war es im letzten Jahr. Und ich habe den Marc Rüger bei mir. Marc, großer Erfolg letztes Jahr. Die Comedy-Reihe geht bei euch weiter. Was ist am 2. März geplant? Ja, also wir hatten letztes Jahr einen riesen Erfolg mit der ganzen Sache. Also es war eine super Veranstaltung von der Atmosphäre her. Super, die Künstler waren super. Und da haben wir uns gedacht, warum nicht eine zweite Auflage machen. Diesmal haben wir wieder vier neue Künstler, alle bekannt aus dem TV. Also wieder ordentlich was geboten. Und wieder bei euch hier im ersten Stockwerk in den Räumlichkeiten wie beim letzten Mal? Genau, alles so wie beim letzten Mal. Es geht nach oben ins Bankett. Es wird Platz sein für 150 bis 200 Zuschauer. Genau. Und was kannst du uns zu diesen vier Künstlern sagen? Relativ wenig eigentlich. Das sind alles ziemliche Newcomer. Außer David Anschütz, der ist schon ein bisschen länger dabei. Ist auch bei Nightwatch und sowas dabei. Allerdings nur ein Newcomer jetzt. Und wir lassen uns überraschen. Genau. Und wenn wir nochmal raufgucken. Nicht nur David Anschütz ist da, sondern Sven Benzmann, Tobias Rentsch und K. Ruth Wenzel. Also drei Newcomer, die ihre Chance kriegen, in Remscheid auf die Bühne zu kommen. Wie war denn das Feedback der Zuschauer beim ersten Mal? Super. Also wir haben durchweg gutes Feedback gekriegt. Also die Leute, die letztes Mal dabei waren, haben auch wieder Karten gekauft für die nächste Veranstaltung. Also alles super. Wie teuer sind die Karten? 18 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse. Und wo bekommt man die Karten im Vorkverkauf? Die bekommt man übers Internet bei remscheid-live.de oder hier direkt bei uns. Dankeschön, Marc, für dieses Gespräch. Also, Prost-Comedy am 2. März hier im Remscherder Bräu. Wenn Sie lachen wollen, wenn Sie Spaß haben wollen, kommen Sie an dem Abend vorbei.